ferdinante jagdpanther unten und aufs maul so alter ich hab wieder 45 frames was ist das für eine scheiße und anscheinend spielt keiner mehr die nur die idee was kann ich mir jetzt aber überhaupt nicht vorstellen wieso dieses top spiel ich sehe den penner ist das nicht einer von uns ja aber der da nicht aber ein t34 ist immer noch da ich weiß der brennt aber gerade oben jetzt macht er gar nichts aber sogar t44 kam der denn er war plötzlich da keine ahnung naja naja es ist hart fleisch hier bei den matches für die acht acht das hat richtig krass vor allem hier können sie von vorne fast nix hast du ein ferdinand er ist echt bitter aber das hat auch ein tankdestroyer ist halt nicht besonders schnell 27 da im 18 scheiße überall aufgepasst hätte doch mal ein wirbelwind oder was mitnehmen sollen habe ich auch ein was die m18 kacke hier überhand nimmt alter geht doch mal weg von a jungs heute ist der dumm der ist in a doch drin mein gott was wünsche was weiß ist der dumm danke nummer t 44 fahrer wie wechsel ich noch mal das wechselt man das noch mal bei die nur die day alter der sieht mich einfach nicht ja jetzt sieht er mich jetzt ist alter helfen wir mal halt ich fahr zurück kein durchschlag hatte war da war ich fahre in deckung weiter 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 sonst habe ich kein schuss fällt jetzt um war danke da ist von anderen seite hat auch noch einer geschossen aber du bist das oder kommt da kommt da kommt noch einer m18 an der gleichen stelle wo der t 44 war da wo du gerade hingeschossen hast da ist ein m18 an dem brennenden wrack rechts davon hinter dem unter dem fuel tank hinter dem fuel tank naja also sieht er dich nicht oder was kann ich nein der nein der doch nicht nicht durch rechts davon da kommt jetzt gleich wieder um die ecke er hat auf den tiger hinter mir geschossen da ist schießt er warte ich kümmer mich drum der ist beschäftigt ich fahr rum warte ich habe ihn gleich er verpissst sich wenn er meine richtung kommt dieser platz hast du nein leider nicht er haut ab er ist ein a reingefahren er ist immer noch da verdammt ich verfehle ihn die ganze zeit er umrundet mich jetzt gleich er ist mir hier dreimal hier rumgefahren ja ich habe mir aus dem augenbückel gesehen gehabt nein 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 hilfe 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 wo bist du denn an diesen containern da oh nein scheiße ich hab's gesehen m18 ne ja ja diese scheiße so dann nehmen wir mal einen blöbelwimper daos euer um jetzt noch füchten wie man hier irgendwas wechselt im spiel Was? Ich hab keine... Das war nicht mein Abschuss? Was war das denn? Das war mein Kill? Krass. War überall dieser M18, scheiße. Der ist in der SU. Boom. Alter, da kommt noch was. Was ist das denn, Junge? Hier ist doch mal bist du behindert, oder was? Ob du behindert bist, hab ich dich gefragt. Ich komme ja aus den Feuern gar nicht mehr raus. Das ist mein achter... Mein achter... Mein siebter Kill. Kann man jemand mit mir rumraten, wo man... Ach, irgendwo. Achter Kill. Ist das ein M18, oder was? Ein M18, auf dem Weg zur A. Kannst ihn anfingen. Augen auf die aufgewiesenen Koordinaten. Ich hab ihn gleich. Gut. Neunter Kill. So, jetzt pushe ich so Richtung Spawner. Das war toll, Herr Blitze. Ja. SU. Hopp. Kurz. Ne? War das schlecht? Bin ich schlecht? Den Kills. Boom. Hast du gehört, Hütti? Ich seh's. Nichts ist auch wahr. Weiter so. Das kann es in sich niemand mehr nehmen. Oh. 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 Du kommst echt hierhin, du Vollidiot. Oh, das waren elf Kills. Ist das noch was? Kommt da noch was? Ne. Ein Bier ist noch da. Was ist das denn? Oh. Was ist die? Die haben die Effekte aufgebohrt. Ja, da haben sie auch dran gearbeitet. Das stand doch in den Patch Notes. Boom. Neuer Skin. Für, oh, Wirbelwind-Wintertaner. Boah, das waren 14.000, äh, Forschungspunkte für den Krieger. 14.000? Ja. Und 111.000, ähm, Lines. Das ist krass. Ja, dann. Ist okay, ne? Ist okay. Alter Schwede. Ja. Äh, man.